Hier, Liebling, das sind deine Aspirin. Jetzt heb schön die Füße hoch. So. Und nun probier mal. Oh, brauchst du denn? Oh, mein Arm ist sehr süßig. Das ist lecker. Was machst du denn? Ich hab die Aspirin-Tabletten verloren. Ruhig mal etwas vor. Ruhig noch weiter vor, ich kann sie sonst nicht finden. Au! Du armer Liebling. Du hast dir weh getan. Sofort die Wanne raus, aber schnell. Ich hole dir Eis. So, setz dich schön hin, Liebling. Beruhige dich doch. Liebling, hilf mir doch. Oh, hat sich die kleine Zuckerfülle weh getan? Oh, Schätzchen, es tut mir ja so leid. Es tut mir ja so leid. Lass das. Au! Bring endlich die Wanne raus. Oh, Schätzchen. Du setzt dich schön hin und ich trockne mich ab und zieh mir andere Sachen an. Sehr gut. Gehen Sie mir aus dem Weg. Wie wachsesser! Ja!